Trainingsauftakt bei der Wiener Austria bei tiefwinterlichen Verhältnissen. Großes Gesprächsthema am ersten Trainingstag war Omar Damari. Zunächst die Frage, wie fit er bereits nach seiner überstandenen Krankheit ist. Das Wichtigste ist jetzt einmal, dass er gesund wird. Er hat am Mittwoch noch seine große Untersuchung und das werden wir noch abwarten. Dann wissen wir, wie wir mit ihm weiter trainieren können. Ich fühle mich gut, ich fühle mich besser. Wir sehen am Wochenende, dass ich einen medische Check machen werde und ich weiß, ob ich normalerweise mit dem Team trainieren kann. Für Gesprächsstoff sorgen natürlich auch Gerüchte über einen möglichen Transfer zum deutschen Zweitligisten RB Leipzig. Trainer Gerald Baumgartner. Ich hoffe natürlich, dass er bei uns bleibt, aber es ist natürlich auch eine Auszeichnung für ihn, wenn er sich für andere Vereine interessant macht, mit guten Leistungen. Ich spreche mit meinem Partner und ich weiß, dass Leipzig mich will. Ich weiß nicht, ich bin sehr glücklich, dass ich hier sein werde und wenn ich leben will, ich weiß nicht, wir werden sehen. Er hat natürlich Vertrag, ist aber auch ganz normal, dass ein guter Spieler sich auch in die Notizblöcke von anderen Vereinen, anderen Managern, anderen Sportdirektoren schreibt. Ich habe nicht gedacht, aber jeder Spieler möchte in den großen Dienern spielen, und ich auch. Aber ich bin sehr glücklich hier in Österreich und ich freue mich hier. Aber wir können wissen, was passiert in der Zukunft, und wir werden sehen, was passiert. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020